Wie heißt du und wie alt bist du? Ich heiße Azo und ich bin neun Jahre alt. Ähm, was findest du so gut an dem OAC? Der OAC ist gut, weil man da Spaß haben kann und lernen kann. Und warum bist du hier beim Handballcamp? Weil es Spaß macht und weil in den Ferien ich mich sonst langweilig. Okay, warst du auch beim ersten Handballcamp schon da? Ja, war ich. Ähm, und was denkst du, was hier gemacht wird, wo du dich gerne verbessern möchtest? In Schnelligkeit, Taktik und Defensive. Okay, und in welcher Liga spielst du? Ich spiele in der Kreisliga. Wir sind gerade erster Platz. Hinter uns ist Eichstätt. Und, ähm, was bist du? Spieler oder Tor? Ich bin Spieler. Und welche Nummer? Ich bin die Nummer 15 oder 31. Und kannst du dich gut mit den Trainern und deinen Spielern vertragen? Ja, kann ich. Und, ja, das war's dann auch. Ja. Und wir sind jetzt noch beim nächsten Mal. Merk. Bo an. Ja. Und wir sind glaubwisład DFB-D-XXX-2222 JusGhLE das. Ja. 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 Ja.